Guten Tag, mein Name ist Thorsten Scholz, ich bin Bassist der Punkrock-Formation Beatstakes. Wir unterstützen die Aktion Alpha Musik. Ich gerne es speziell, weil ich mir denke, dass Lesen und Schreiben einfach zum normalen Leben dazugehört und einen auch relativ glücklich machen kann, wenn man sich halt ein YouTube-Buch durchliest oder wenn man Didi und Stulle liest vom scheuen Phil. Super Comic, muss man aber lesen können. Und deshalb schreibt euch nicht ab und lernt Lesen und Schreiben. Bitte. Wichtig, 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 wichtig. Schreib dich nicht ab. Informationen zu Erwachsenenkursen Alpha Telefon 0251 53 33 44.